Verehrung der Jungfrau Maria, Geburt Christi Das Leben Jesu auf Erden war bedingt durch eine normale Geburt. Es wollte sich die Gottheit im Leib eines Menschen verkörpern, auf Erden, und es musste so nach dieser Leib den natürlichen Ursprung haben, aus dem Schoss einer Frau hervorgegangen sein. Nun hatte zu Jesu Zeiten alles Aussergewöhnliche eine schnelle Erklärung, als mit dem Teufel im Bunde stehend. Man suchte zwar hinter eine natürliche Erklärung zu kommen, doch war diese auf einfachem Wege nicht zu finden. So genügte man sich mit eben diesem Urteil und brachte dadurch unzählige Menschen in den Ruf von Gottabtrünnigen. Die Geburt Jesu war nun nach menschlichem Ermessen ebenfalls ein Akt, dem alle Voraussetzungen fehlten, und so geschah es daher, dass man die gleiche Erklärung geltend machen wollte bei einer allenthalben als äusserst fromm bekannten Jungfrau. Die aussergewöhnlichen Erscheinungen bei der Geburt befremdeten wohl manche, doch die meisten legten ihnen wenig Bedeutung bei, und so kam es, dass nur ein kleiner Kreis Kunde hatte von einer Geburt seltenster Art, von einer Erweckung eines Lebens, das jeder natürlichen Voraussetzung entbehrte und somit ein durch Gottes Willen und Allmacht bedingtes Geschehen war. Es ist dies nun in der Weise ausgewertet worden, dass die Menschen nun in der Gestalt der Mutter Maria sich ein Wesen schufen, dem ihre Verehrung, Andacht und Liebe gilt, in einem Masse, das den Menschen beeinträchtigt, in seiner grössten Erdenaufgabe, die Verbindung mit dem Herrn und Heiland selbst herzustellen. Es gilt dies sowohl für die aussergewöhnliche Inanspruchnahme der Fürbitte als auch in der unsinnigen Verehrung, die jeder Begründung entbehrt. Denn es war die Mutter Jesu von Gott auserwählt infolge ihrer Frömmigkeit, jedoch keineswegs sich der übergrossen Gnade bewusst, die ihr zuteil ward. Sie war eine erwählte Dienerin Gottes. Darum nur Gott allein die Ehre gebührt, denn alle Wesen sind sein Werk. Es sei.